In diesem Video geht es um die besten Wanderstöcke. Der Qualitätssieger in unserem Wanderstock-Test geht an den Trackology Wanderstock. Sie sind stilvoll und robust zugleich, ideal für Tagestouren oder längere Trekking-Touren. Trekkingstöcke können den Aufprall auf Knöchel und Knie um bis zu 30% reduzieren. Ob Sie nun einen Tag oder eine Woche wandern, ein paar Track-Y-Wanderstöcke unterstützen Ihre Ausdauer und Ihr Gleichgewicht. Schnappen Sie sich noch heute ein paar und machen Sie sich schon morgen auf den Weg. Die Trek-Y-Wanderstöcke wurden speziell für Sie entwickelt. Sie kombinieren eine stabile 7075er-Aluminium-Konstruktion, weiche Handgelenksriemen, korkgefärbte EVA-Schaumgriffe mit verlängerten Weichschaumgriffen und Schnellverschlussmechanismen aus Metall, um ein komfortables Wandererlebnis für den ganzen Tag zu schaffen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Glymnis Wanderstock. Der Wanderstock ist gefertigt aus einer leichten 7075-Alulegierung mit einer der höchsten Festigkeiten, wie sie üblicherweise in der Luftfahrt verwendet wird. Durch eine Oberflächenbehandlung wird eine Schutzbeschichtung gegen Korrosion erzielt. Mit zwei Schutzkappen, zwei Asphaltpads, zwei kleinen Schraubtellern für Trekking, zwei Schraubteller für Schnee und zwei S-förmige Schnallen bieten Ihnen vollständige Unterstützung. Es ist ein ausgezeichnetes Geschenk für alle schnelle Längenverstellung und 36 bis 130 cm Auszugslänge. Die Glymnis Trekkingstöcke können von 36 cm auf 130 cm erweitert werden und exakt auf Ihre bevorzugte Höhe angepasst werden. Angenehmer Handgriff aus hochdichtem Eva-Schaum, im Winter nicht kalt, saugt im Sommer den Schweiß auf. Die atmungsaktive Handschlaufen dienen als Sicherung und Unterstützung für die Handhaltung. Sie nehmen die Belastung auf und ermöglichen so einen flüssigeren Bewegungsablauf. Die Dämpfung sorgt für eine Schonung der empfindlichen Handgelenke. Schultern und Ellbogen werden auch weniger belastet. Glymnis fünfteilige Wanderstock ist mit abnehmbarem Klettverschluss versehen, sodass man die fünf Teile abbauen und mit dem Kletterschluss verbinden kann. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Wanderstock-Test ist der Gipfelsport-Wanderstock. Die Wanderstöcke von Gipfelsport helfen, die Balance des Körpers zu halten und die Knie beim Auf- und Abstieg zu entlasten. Besonders in außergewöhnlichen Situationen oder beim Überqueren von schwierigen Flussdurchquerungen werden die Stöcke schnell zum unverzichtbaren Sicherheitsequipment und sorgen für zusätzliche Stabilität. Letztlich helfen die Stöcke sogar, die Haltung zu optimieren. Durch den Einsatz von Wanderstöcken laufen wir etwas gerader und sorgen für eine Entlastung des Rückens. Entlasten die Gelenke bei Abstieg Erleichtern den Aufstieg durch Unterstützung der Arme Erhöhen die gefühlte Sicherheit an absturzgefährdeten und schwierigen Wegpassagen Entlastung des gesamten Körpers, insbesondere des Rückens Erhöhung der Balance bei Flussdurchquerungen oder auf Firnfeldern Der beliebte Wanderstock lässt sich leicht in der Länge verstellen und ideal auf ihre Körpergröße anpassen. Die Länge des Wanderstocks sollte so eingestellt werden, dass der Ellenbogen mit dem Stock beim Gehen einen rechten Winkel bildet. Die ideale Länge des Wanderstocks ist von Mensch zu Mensch und von den Begebenheiten unterschiedlich. Beim Aufstieg werden die Stöcke im Vergleich zum ebenem Gelände kürzer und beim Bergabgehen entsprechend länger. Falls dir das Video gefallen hat würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.